so und damit ein herzliches willkommen zu einer folge der forest mit leonie und dennis mal außensweise hier ihr wart aber fleißig das letzte mal konnte ich nicht so lange so ja ich bin wieder am flugzeug und sammle gerade wieder irgendwas auf das war keine gute idee das stimmt ich bin wohl wirklich verhungert aber hier sind keine koffer mehr wo sind die denn alle hin habt ihr was zu essen da es wird dunkel ok hier ist noch ein koffer auch medikamente ich sehe null das ist nicht so gut es kommen ureinwohner übrigens aber ich kann da nicht hin weil er jetzt kannst du mal noch mal hier so ein wahl bauen scheiße können wir nicht weiter nein hilfe 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 nein ich habe so fast geschafft wo was das ist eine falle hier ja zwei sogar ich brauche feuer ich brauche feuer ich brauche feuer oh ey die machen da was kaputt ja das ist normal leider die waren ja fleißig hier ja ja okay so das sind alles fallen oh lol ich werde es gerade reingelaufen ja fast habt ihr noch irgendwo ein feuer oder sowas ja ich bin gerade an ach hier drin ist der schon wieder oben gelandet nein nein ist der schon wieder oben gelandet dann ist der landet bei mir oben gelandet und mir bitte abhüpfen verschossen hat sie eben das kreieren hat sie eine tasche warum leuchtet das so äh der typ hat da ja es gibt ja manche viecher die haben ja die kurze lampe ooooh ok so ich muss unbedingt irgendwas essen verdorbenes fleisch nein das ist nicht verdorben ich habe verdorbenes fleisch ach so du hast verdorbenes fleisch ja ich darf unbedingt wieder rücken weil ich habe nur nichts mehr bekommen ach was ist denn hier oben das ist vorher schon wieder aus oh der ne ist da die leiche schon wieder oben der ne ja weil du immer du gehst immer zu weit nach vorne deswegen was ist das denn weiß ich nicht und woran was denn was sind das oh das sind da oben sind doch riegel ja 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 gönnt ja nam 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 aber irgendwie bringt ja nichts oh die bringen nicht nach oben ne bei mir macht das gar nichts gerade nehmst du den vielleicht hier liegt doch vor dir einer ey willst du mich verarschen ja das feuer geht aber auch schneller aus wenn man das nicht so nachheiz ach so kottl sag das doch gleich voll idiot meine fresse bin ich blöd ich habe medikamente auch hochgeladen ja abgeladen du bist Sido du bist Sido guck mal nach oben nicht so weit ja oh was ich schick dir ein Bild das ist toll weil du nicht sehr du Sido wirst ja Moment guck mal ein bisschen weiter zum feuer zum feuer zum feuer ja oh geil ok was schick ich dir jetzt mal ich habe da du hast deine rüstung ey sehr wahnsinn ja brutloser künstler ja das war meine idee das ist ein insider oh hier haut jemand auf unsere wand das kann ja gar nicht sein das kann ja gar nicht sein ja muss ich dir wieder den Hammer rausholen ja ist so das geht aber nicht so so ich muss mir unbedingt ein paar Sachen craften ich weiß noch nicht wie oh mach du dir keine Frage ja was brauche ich dafür alles du 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 mal schauen was mir geht was mach ich denn jetzt keine ahnung oh Steinschleuder ich brauche Sticks wie geht mit Steinschleuder an gute Frage und zwar brauchst du nur einen Stick dann ein Klebeband und was soll ich ein Klebeband und ein ein Stoff ja und da musst du kleine Steine sammeln soll ich hin das kriegst du hin ja äh kleine Steine kleine Steine wo seid ihr nur hin kleine Steine hm ach ich hab nen Schleuder ehhh ha 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 ich hab nur was Papier warte guck das mal an sieht super cool aus oh Dennis das ist ja gar nicht das welches sich den Geschicken ne dann hast du ja aber keinen Bahnhof hä habe ich da keinen hä nein das du gar keinen Bahnhof ach da war ich ja fast hier hä so ich brauche einen Stöcker wofür äh ähm ich habe braucht ihr steine ich brauche nur kleine kann man die steine irgendwie klein machen ich weiß aber wofür das sind doch fast keine wo war dann hier noch schnell auch hier auch hier jetzt ist ein stock scheiße bogen hast ja auch feile dafür brauchst du auf jeden fall das war bald wieder in der höhle gehen denn es wir waren noch da wo man tauchen musste noch nicht weil du da keinen bock drauf hattest jetzt erstmal auf vogeljagd du kannst doch einfach aus draußen denn es ist eine sehr gute idee die ein immer belästigen ich habe sachen zum anziehen wo schreit jemand rum hier liegen laptops und bedienung verwenden ja da kannst du sprengstoff hau einmal drauf nimm dieses teil mit raus also ich könnte drauf bauen ja ja kannst du einmal drauf bauen warte lol und was kann man damit machen eigentlich und sagt es macht boom und dann rum bum 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 so eine verwesende leiche baust du jetzt schon wieder ja das gleiche in ruhe so was ist das denn hier ich habe hier oben die ganzen wagen es ist 10 ah ich glaube gespeichert so falls ich jetzt verrecke so gucken wir uns an zack so fertig ok was hat eigentlich bei dem anderen haus gemacht das ist nur so ein jagdunterstand also das ist nicht wirklich ein haus sondern nur damit man speichern kann ah das ist nicht geil dennis geil kann man noch mehr sagen 30 ja der dennis der ist hier unser bogenfütter triffst du denn auch so gut ja was brauche ich eigentlich für einen bogen ähm Seil Stick und noch irgendwas glaube ich ach toll aber weiß ich gerade nicht Seil das ist ein kabel oder Seil ich kann jetzt ah gefunden Seil äh 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 Stoff und blablabla und blablabla und blablabla ok Dennis du brauchen wieder Baumstämme hast du noch Strengstoff was ist das denn ich habe keins mehr ok ja dann gehst du oben ins Tor vielleicht sind da noch Laptops hä wer hat das dich schon wieder hingebaut Foto von Timmy wo ich brauche unbedingt noch wo ich brauche unbedingt noch ach so warte ich will dir das Foto zeigen ach so ja komm ach ne warte ich will den Weeksbär auf den Sbärr also Timmy sieht sehr komisch aus auf dem Bild ja ich mach gleich gerne an was zack 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 vogeltot Leute es sind keine Tiere zu sein gekommen bei den Drehaufnahmen hier das stimmt gar nicht das ist ein ganz anderer Timmy da Leute ich habe 138 Stoff 10 Sperre was ein Wärmeanzug das ist doch mal interessant ne Zielscheibe für was ist die gedacht zum üben einfach so hübsch aussehen ach so was ist eine Zwille äh das ist halt ne Schleuder mach ich mir mal ne Schleuder eine Schleuder eine Schleuder wo wo ah da hey komm her komm her komm her oh es regnet oh hier sind auch welche lol hey was ist mit dir hier sind ziemlich viele Leute ah ja hau durch du auf mich ein das ist ja gerade so ein bisschen verprügelt ja ich bin auch kaputt zack 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 holt kling stirb der CD ist umgebunden was ist mit dem los der hört gerne Musik ja wahrscheinlich so irgendwas hat er fallen lassen noch was hat er fallen lassen irgendwas war noch hä so ok gut du musst verbrennen Mann Fall ey hast du was dein Fall nicht aus? lockest du Leute es war nicht ich ok nichts vielleicht ne hallo das teil ist einfach weg geflogen hier das liegt jetzt auf dem dach und das kann man schon benutzen die karre mit den steinen hallo steine was ist mit euch los ich habe was die kleben er noch da drin ich das war ich habe sie nicht reingelegt das muss es du gewesen sein siehst du dann guck mal das noch der rabe jawohl das ist ja wie kriegt man die dann wieder hoch die dinge ja dieses dieses karre oder diese dazu wo die steine drin liegen ich gehe mal wieder nach hause na hat es weh getan ja möglicherweise ja komm headshot komm headshot komm headshot komm hey spinnst du komm her du jetzt aber jetzt aber komm her aua aua nein er hat mich umgebracht was ist mit dem los das ist mit dem falsch was brauchte man noch mal alles für den monotov kochtel alkohol und nein 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 für den sprengstoff sorry eine uhr eine uhr noch wir tun einfach die festplatte hin dann haben wir mit dem maus drüber dann siehst du das ja 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 hab schon was aber kann auch eine fettere klebriger sprengen oh ups ja sehr dankbar oh ja oh ja vielleicht ich guck mal wie es ist oh zum glück ich habe übrigens ein tablet ne ja das haben wir auch das ist cool hm hm ich habe ganz viel trinken ja und medikament ne boots boots hm hm ähm alkohol kannst du mit einem stoff zum monotov kochtel machen echt hallo ja hallo yeah yeah der pasenfell noch und wildschweinfell bam 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 müssen wir irgendwie was bauen oder so glaube ich was kann man denn mit wildschweinfell machen keine ahnung aber man kann das auch steinbeutel ne warte mal kurz man kann das auch zum crap ja ein steinbeutel oh ok ich baue mir auch einen steinbeutel aber dafür brauche ich noch aber ich kann einen köcher machen am trochdrehen hä ich habe einen für dich ja hier laufen ja ziemlich viele hasen herum da kann ich ach hasen achso was ist das denn jetzt zwei hasen lol lol wenn man zog stockbeutel aus au nice stockbeutel drei stock und zwei seile ok so weil ich habe meinen stockbeutel entfernt einen was ich habe den so gemacht entfernt er wird die anzahl der stöcke die getragen werden soll ich denn hier noch mit yeah ich drange den mal hoch ja ja so so den nächsten lurch habe ich geil wird schon dunkel ich finde das echt komisch dass die hasen nicht wegrennen wenn man die so weißt du wenn die hasen halt durch einen pfeil der jetzt irgendwie eingeschlagen ist einfach nicht wegrennen das geht jetzt so was ist hier los irgendwer hat da rum geschlagen ich habe es gehört ganz genau vielleicht war es der dennis ja was ist hier los die starten uns ab und zu mal einen besuch ab und tauchen einfach gegen das haus ohne irgendeinen grund die wollen nämlich unsere sachen kaputt machen unser territorium diese idioten hey cool was ist denn das denn ich fahr mal rüber ja ich fahr mal rüber ja achso die seilbahn achso die seilbahn ach voll gegen stein das ist ja sehr souverän gebaut hier ich habe gerade eine ganze pflanze in meine hose eingesteckt So was ist hier los? Oh das ist ein Hase. Scheiße das ist zu schnell. Das ist ja doof. Das könnte man hier noch machen. Oh Hasen, 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 Braten, Braten. Komm her, komm her. Ich dreh wieder um. So das ist ja doof nicht schon wieder. Lass mich doch einfach in Ruhe Hilfe. Können die schwimmen die? Nein. Dennis, die, äh, trafige Skop. Da ist wieder Hausmann, Action, Booker. Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Er ist Bauarbeiter. Oh, kann jetzt bauen. Dennis, kannst du einmal hier nehmen? Ach du Scheiße. Hilfe, ich muss laufen. Die verfolgen mich überall hin. Warte, Frauen bei ihr. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Ja, wir schaffen das. Ja, wie und? Nee. Toll und. Bob. Und wenn nie erledigt. Zack. Hier, ich hab dich geklappt. Zack, schöne anzünden hier. Meine Köcher jetzt bei mir. Ja, ich hab hier sonst noch. Warte, ich kann gerade nicht gucken, weil ich schlafe. Schlaf nicht. So gut, ich würde. Hier, siehst du? Das ist mein Bett. Nein, ich seh den nicht. Nein, ich kann ihn nicht sehen. Das ist ja. Ich hab nur ges... Okay, gut. Wohin dann? Das rechte Bett, neben rechts neben mir. Da. Was ist das denn hier? Das ist ein, äh... Schlafen. Dann wirds alle schlafen gehen, bitte, danke. Jawoll. Dennis, gib hin. Ja, mach ich. Ja, aber nicht in meinem Bett. Und wie? Doch. Ich hab Z gedrückt erhalten. Nee, das ist mein Bett. Z. Nein, du schläfst ja wohl in meinem Bett. Gut, ich schlafe. So. Okay, Leute. Ich werd die Folge beenden. Ich danke euch fürs zu gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Es wird bald wieder ein neues Game auf meinem Channel kommen. Also, das ist ein neues Game, aber trotzdem noch ein anderes, kleineres. Und jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.